Ich bin Packer bei Hasenkamp, Kunstpacker. Mache Ausstellungsaufbauten, Ausstellungsabbauten, Kunsttransporte, Hängungsarbeiten, alles was mit diesem Thema zu tun hat. Hasenkamp im Großen und Ganzen ist Kunsthandling, Ausstellungsauf- und Abbau, Transporte, alles rund um Kunst, Antiquitäten und die schönen Dinge des Lebens. Ich persönlich habe regelmäßig meine Highlights. Ich habe immer wieder mit tollen Kulturschätzen zu tun, die ich handeln kann, die andere Leute nur hinter Glas zu sehen bekommen. Auf der Suche nach passenden Stellen bin ich ganz schnell bei Hasenkamp gelandet. Ich habe auf einem Stellenportal im Internet das Kennwort Museum eingegeben und die erste Suchanzeige war Kunstpacker bei Hasenkamp. Das Team ist toll. Es hat jeder seine eigenen Arten zu arbeiten. Man kann sich bei jedem was abgucken, was lernen. So findet man seinen eigenen Weg. Das ist also vom Team her sehr angenehm hier. Der Fuhrpark von Hasenkamp ist natürlich angepasst aufs Geschäft. Wir haben natürlich entsprechend klimatisierte Busse. Wir haben luftgefederte Busse, die einfach das Handling der Werke vereinfacht und sicherer macht. Vom Equipment her sind wir natürlich ausgestattet für alles was auf uns zukommt.